Ich habe es schon geladen. Ich habe es schon wieder so komisch eingeschränkt. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe eine Pflanze dabei. Oha, hollo, willkommen. Hoffen kann. Oha, hollo, willkommen. Nicht mehr. Verkauft. Okay. Na ja, gut. Mal losen sehen, ne? Ich könnte hier eigentlich voll. Übermerkbar machen, wa? Hallo, willkommen. jo Nachtsabend. So, aber hier haben wir auch noch ein paar. Mal verkaufen hier. Verkaufen. Sollte ich schlafen, was denn schon wieder? Oder wieder? Handeln. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, warum. Oh, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. 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 das was ich eben sammelt habe um einfach also letzten ist dabei Okay, lösen die aus, weiß, ich guck mal rein, das ist ein guter Grundes zu essen. Na, aufteilen. Nein. Nein. Ich habe das mal. Verkaufen. Mal. 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 Auch hier. Das trillen. Das trillen. Hallo und willkommen. Ist richtig, gleich aber. Hallo und willkommen, schöne dass ihr da seid. Wir spielen ein bisschen The Prepper und dann spielen wir nachher noch was anderes, aber ist jetzt nichts zu sagen, ich muss irgendwie mit dem Hanglauben um da durchzukommen ich dachte, hätte das sein können ich finde auf jeden Fall viele wo wir sind so hallo, hallo, willkommen, hi schön, dass ihr da seid, willkommen zu Mr. Prepper bei Survival Apocalypse, Bomben Atomen, wie auch immer keine Ahnung er will einen Bunker bauen für sich und wir glauben nicht, dass es dazu kommt aber er weiß, dass eine Bunker fallen wird und dann die Sache ist die der Start ist das und das hier muss er einfach so tun, dass er ganz normal wäre nicht auffallen und dementsprechend war der jetzt ein Bunker ich muss in der Zeit geheim versuchen meinen Bunker auszubauen meinen Bunker auszubauen wir haben schon drei Ebenen schon durch jetzt brauche ich noch Steine um einige von Steinen und das ist das nächste was ich abbauen müsste hier aufteilen okay dann noch das eine hier ein nabend diesmal wurde ich nicht gesperrt diesmal nicht so da ist das drin das kommt das kommt hier rein das wird ein Lager von daher ja war da etwas beim Friseur ja war ich also ich war nicht beim Friseur brauche mir die Haare geschnitten war nicht beim Friseur aber meine Frau die Haare geschnitten gehabt und ja war eigentlich noch etwas anderes anziehen ein schwarzes Urteil mit weißem T-Shirt weiß ich auch nicht gemacht hatte so hier haben wir auch keine Steine wieder ne jo ist von der Richtung hat auch auch das mal ein schwarzes Hemd an und weiß ein T-Shirt ne da haben wir noch extrem lang schon geht's lang geht's lang ja 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 das ist sehr ja jaja ja das ist so lange schon gewesen wo wir ganz Kisflick voll füllen können so lange war nicht schon die jahre aber ich sage heute war ich zwei spiele und zwar ein haus und das alles aber wahrscheinlich auch schon die haare aus das normal kleine herrchen da drin die stören ein bisschen. Ich tue mich da zwischendurch mal in Haar-Rot-Spiele. Das ist schwer. Jetzt. Das ist so schwer. Deshalb bin ich auch hier. Lager. Arschlager. Ich, ich, ich. Ich bin so froh, dass es das geben tut. Oh. Ich brauche trinken, aber brauche ich so nicht. Oh, mein Stein. Ich weiß nicht, wie schnell kriegen wir die Steine. Wie geht es dir denn, Leute? Ich habe heute noch zwei Spiele vorzuspielen. Nicht nur das hier, weil es wird auch mal ein langer Volker sein. Hoch. Gleich hoch. Ich glaube, ich muss eine große Tasche haben. Ich kann nichts tragen, richtig. Nein, nicht noch. Dann muss ich wieder zurück. Auf alle Steine. die Hälfte werden. Der ist heute leer gewesen. So, es war eine Etage weiter runter und dann Hallo, wie kann man denn? Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Mr. Prepper. Wer will denn nur Schutz vor Atombomben kriegt? Und ich weiß, was passiert. Oh, Baseballschläger. Eine Falle. Äh? Nein. Ich habe gerade runter. Dann mache ich mal hier rein. So. Runter. Da muss ich gleich mal schauen, dass ich, äh, ja, in das Haus, nein, kann man nach Hause kommen. So. 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 Wir haben jetzt einen Blick. Wir haben jetzt einen Blick. dann schnell zurück und hinlegen ja gleich hier machen mal schauen weiter hier stehen kostet mal auf und gucken was ich hier rausholen kann wo ich das rausholen kann Wandel der verkauft mir die Dinger ab hier, Gold ab Geld oder der hier der 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 aber eigentlich habe ich der 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 die 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 der schlafen. Noch kommt er ja nicht. Uiuiui. Noch drei Tage, dann kommt da wieder der komische Typ. Der komische Direktiv, der berufs auf mich mit dem Bunkerbauer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das wäre noch was anderes, was wir noch nicht gelesen hätten. Ach, das habe ich alles schon gelesen. Andere. Offen. Eiserroich, glaube ich. Ein paar Steine. Vorig. Problem. Aber ich kann, äh, hoffen. Und zwar. Startgut eigentlich. Offen. 23 habe ich noch. Was kommt, ist das halt? Jetzt mal gucken, was ich jetzt esse. So. Mal gucken. Aus. Bank öffnen. Stütze hier rein. ein. Aufteilen. So, jetzt habe ich wieder Energie. Auf die Start warten. Auch gleich. Ich hab schon gut die Wunder gebaut. Ich hab schon gut die Wunder gebaut. Ich hab schon gut die Wunder gebaut. Pflanzen holen und dann weiter Pflanzen bauen. Pflanzen. Pflanzen. Kann ich nicht, kann ich doch. Oh, alles besser, sehr schön. Schrank besuchen, ganz dagegen, das ganze, plötzlich leere ist das ganze, wenn es leere ist, dann ist es mal schlecht. So, 10 hier. Dann gehen sie hin. grün Stichendesign, das Design, das Erdefeier hat und Okay Was man machen soll. Ich dachte, das wäre wichtig, es vorzusetzen. Aber nein, anscheinend nicht. Wir wollen mal ein bisschen weiter aus hier unten. Hier auf die Seite. Das ist ein Raum. Hier, da muss ich was machen. Also ich mache jetzt auf der Seite. Ich will. Ich weiß nicht, ob das klappt. Aber wir versuchen es mal. Aber genug Energie eigentlich. Wir werden jetzt mal eine Weile schriftlich selber mitbauen jetzt. Hehe. Mal gucken. Die ganze Weile wahrscheinlich. So, ich muss hier mal ein Blätter bauen. Was herstellen kann. Nicht später. Okay, ich kann es herstellen. Das machen wir hier. Kurz hin. Öffnen. Ja. Ich habe Erde jetzt dabei, ne? Ich darf es reinmachen. Steine. Da hin. Gold und Geld. Das kommt hin. Da hin. Da bin ich nicht dran. Ja. Nein, aber warum nicht? Nein, da brauche ich aber Eisen für, ne? Toll. Noch. Steine. Herstelle. Leiter erst. Metall. 3. Metall. Habe ich doch noch. Ich habe nicht ganz was gewollt. Metall. So. So. Auch unnötig. Gewicht hat es nicht. Start. Gut. Das geht nicht. Das müssen wir sehen. Machen. Fällen, eine Liter. Fertig. Okay, da ist alles okay. Ich kriege es hier noch. Ich habe keine Energie. Ich habe es hier noch nicht gestellt. Warum reicht ein Esslot? schalten auch mehr strom dann kann ich auch verlängern das ist nur eine oder eine kann ich ausschalten scheiße das ausschalten einschalten auch hier was soll ich aussieht alle da muss ich mal schauen ich muss das einverlassen dass ich Energie habe weil das ist so einfach ohne Schlaf mal schlafen keine Energie mit Spitzlage natürlich wie auch sonst ja zwei Tage kommt der Typ wieder da muss ich noch so ein kleines noch haben ich weiß noch nicht wie noch eine Kiste bauen noch eine Kiste bauen und dann weg und dann mit minimalen Sachen loslaufen und dann die ganzen Sachen aus dem Funker holen also aus dem Werkwerk holen das Pflanzchen noch frei ach geht rein da muss auch wieder besser sortieren ich weiß noch nicht wie es sein sollte so jetzt nur sehen wir ich mal wieder habe ich eigentlich gute weine jetzt war es erstmal weg hier vor mein ganzes herum trage und wir schon weg machen und dann gucke ich mal dass ich irgendwie hier mal auf den grünen zweck komme ich nehme ich einmal mit weiß ich nicht da lasse ich was schweres noch hier das ja auch ich brauche erde und stein ja und glas glas hier kriege hm 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 auch ein glas und holz und hier stein ich habe kein holz, kein wurscht, glas habe ich da, aber kein holz ja, dann mache ich mal hier rein hier aufteilen im ganzen überhaupt besser freue ich noch nicht aber freue ich irgendwie noch was brauchte ich gerade noch, ne? holz, genau, holz benutzen, auch holz das das ist das was was das 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 So, zurück, dann ganz schnell Holz machen Asch Verlegen So, die Energie, was ich eigentlich dann das nächste Jahr erforschen kann, eigentlich. Ich habe euch noch Glas. Herstellen, gehen aus, da ist jetzt hier das da. Ja. Ja. So. So. So, was wir reinmachen, was ich nicht mehr brauche. Ich nehme einfach die Erde. Keine. Holz habe ich gar nicht hier drin, das ist richtig. Okay. So viel Arbeit zu machen hier. Das auf jeden Fall. Öffnen. 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 So. Ich werde nicht so viel mit mir rumschleppen, wie wir gerade gesagt haben. und schon schon auch das ja hier auch und hier und hier mal was ich andere machen kann was gleichfelder so ein scheiß was ist das hier wer hier oder auf der anderen seite also hier irgendwie irgendwo aber dann gehe ich runter jetzt natürlich so 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 schön doch doch nachts arbeiten ich habe gerade geschlafen das Keks und mächtig zwei Stunden geht es ja noch 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 Ja. So, jetzt bin ich auch anscheinend. Ja. Die andere noch hier, glaube ich. Mal gucken. Sagen. Ist das Pflanzen da? Toll. Noch was? Ja. 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 Vielen Dank.